Es ist Donnerstag, das Wochenende. Es steht vor der Tür wieder mit ganz vielen tollen Spielen in der Dritten Liga, Zweiten Liga, Bundesliga, international. Wir freuen uns sehr, aber erstmal müssen wir uns um das kümmern, was ihr da gerade im Hintergrund seht. Wir sind zurück in unserer wunderbar herrlich-fränkischen Reise mit dem 1. FC Nürnberg. Wir sind auf einem ganz ordentlichen Weg in Richtung Fußball-Bundesliga, aber, und jetzt kommt das große Aber, ihr habt es in den letzten zwei Partien mitbekommen. Es gab ein 3 zu 0 in Leipzig, also kein 3 zu 0 für uns, sondern ein 0 zu 3, wenn man so will. Das lief nicht ganz so toll, war aber alles in Ordnung. Und zuletzt zu Hause gegen den KSC, gegen den damaligen Tabellen-16. Ein 0 zu 0, ein torloses, ein trostloses 0-0. Da gilt es heute, wieder eine Schippe draufzulegen, um gegen Fortuna Düsseldorf den aktuellen Tabellneuntner im Idealfall drei Punkte mitzunehmen. Die Fortuna, momentan, das haben wir uns im letzten Part schon angeschaut, ja, nicht ganz so zufrieden wahrscheinlich. 30 Punkte aus 21 Spielen. Es ist mehr oder weniger höchstwahrscheinlich schon die letzte Chance, um nochmal im Aufstiegsrennen einzugreifen. Heißt, die Freunde von, wir gucken mal rein, Daniel Thun immer noch, die werden sehr engagiert und sehr motiviert sein. In dem Sinn, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser wunderbar neuen herrlichen Folge. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Wie immer gerne die Links in der Videobeschreibung checken für die Livestreams, beziehungsweise wenn ihr euch selbst den FM holen wollt. Freunde, wir gehen direkt mal rein. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört tatsächlich gerade, aber ich bin noch ein bisschen, ja, also ich bin nicht müde, aber ich bin mehr oder weniger gerade aufgestanden. Es ist noch die brummige Morgenstimme, die ihr gerade vernehmen könnt. Und noch dazu, ich weiß nicht, die Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind unter euch, also es klingt jetzt so, als wäre ich so ein alter Sack, aber bin ich ja, ich werde dieses Jahr 30. Ich werde in knapp zwei Monaten werde ich 30, Chat. Wo geht denn bitte die Zeit hin? Aber ich habe tatsächlich gestern, wir haben mittwochs immer so eine Art kleinen Fußballkick und da war ich wieder am Kicken und ich merke das jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag merke ich das. Jetzt gar nicht so sehr Muskelkater mäßig, sondern ich merke das einfach so, dass ich so, so, so noch so schlapp bin und früher länger brauche, um rauszukommen, beziehungsweise nicht um rauszukommen, sondern um fit zu werden so. Kennt ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Können die Älteren unter uns in der Community da gerne mal ein bisschen Bescheid geben, wie das so ist? Es ist Wahnsinn, Freunde. Es ist Wahnsinn. So, Bielsa sollte das sein, der für Uruguay zurücktritt, wenn ich das da gerade richtig gesehen habe. Interessant, interessant, interessant. War der da Trainer? Gucken wir mal rein, Freunde. Absolute Legende. Trainer. Ja, tatsächlich, Marcelo Bielsa, Freunde. Anstellung 16.05.2023, Abschied 10.02.2025 vom Trainergeschäft zurückgetreten, der Gute. Unglaublich. 13 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen. Das ist seine Quote. Also, Bielsa nicht mehr Trainer von Uruguay. Unfassbar. Und da ist Viniciu nicht. Ich will gar nicht die Attribute sehen. Ich will sie ja nicht sehen, Freunde. Also, das soweit zu meinem aktuellen Fitness- und Frischezustand. Wen sie überhaupt interessiert. Und zum anderen, Mehrschnelligkeitstraining ist gewünscht. Haben wir eigentlich danach nochmal irgendwie so eine Art Päuschen? 15.23.26.1.8.15.29. Hier, wenn dann eher so. Dauert noch ein bisschen. Und zum anderen, ich möchte natürlich weiterhin auf eure Kommentare eingehen. Und ja, verzeiht mir, das hier oben, dieses kleine Optionsfeld. Ich verpasse es jedes Mal. Kanja spielt natürlich wieder von Beginn an, dadurch, dass Pepi ja noch verletzt ist. Und somit sollten wir natürlich die flachen Flanken rausnehmen und tendenziell eher auf hohe Flanken gehen. Es ist jetzt offiziell drin. Es tut mir sehr leid. Es ist immer so unscheinbar, dass ich da immer gar nicht dran denke. Während sich Chris Martin ja verletzt, aber da ist Gott sei Dank soweit nichts passiert. Die letzten Begegnungen gegen Düsseldorf, das sieht auch ganz gut aus. Aus drei Spielen, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Und unsere zweite hat tatsächlich das Derby der Kleinen in der Regionalliga. Jetzt lass mal gucken, die spielen morgen, wir spielen in zwei Tagen. Dann würde ich fast sagen, gebe ich mal allen, die bei uns... Oh, Möller-Dehli übrigens. Da müssen wir noch mal schauen. Möller-Deh... Vertrag läuft aus, aber den haben wir verlängert, ne? Ja, 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 da war was. Ähm, Möller-Dehli wieder komplett fit? Moment. Müssen wir mal reinschauen. Tatsächlich. Mats Möller-Dehli wieder fit? Okay. Er wird aber trotzdem höchsthauseinlich noch nicht direkt bei uns in der Startelf stehen. Das heißt, Möller-Dehli geben wir mal schöne, entspannte 60 Minuten. Und, ähm, allen anderen würde ich fast sagen auch. Jannis Horn mal nicht. Wegkesser 60. Lino Kasten 90. Ali Luhn 60. Ich glaube, das macht fast so am meisten Sinn. Polmanns Training loben, wenn uns das vorgeschlagen wird. Und dann gucken wir mal, was gegen die kleinen Bayern möglich ist. Derby in der Regionalliga. Ich bin sehr gespannt. Aber ich bin guter Dinge, Freunde. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. So, gucken wir mal rein. Die Form der Düsseldorfer. Sieg gegen Kiel. Niederlage in Darm... Nee, zu Hause gegen Darmstadt. Sieg gegen Osnabrück. Paderborn verloren. Und davor eine absolut katastrophale Phase. Beginnen mit einem 0 zu 3 gegen Leverkusen. Wenn man die Leverkusen erkennt, dann kann man sagen, das ist absolut okay. Aber alles, was danach kam, ist nix. Absolut nix. Und wenn man sich so anschaut, die Form der letzten vier Spiele. Niederlage, Sieg. Niederlage, Sieg. Dann kommt jetzt... Richtig. Hoffentlich eine Niederlage. So. Nächsten Spiele dann. Unter anderem ja, wenn wir da auch nochmal ganz kurz reinschauen. Ich habe das schon angesprochen. Durchaus interessant. Also, wir können da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einen sehr guten Grundstein legen. Und mal gucken, ob uns das gelingt. Braunschweig gegen Magdeburg 2-2. Das ist in Ordnung. Elversberg, wir sieg. Kiel mit 2-0. Kiel damit aktuell auf Platz 17 weiterhin. Oh, und da wird es schon brutal werden. Da wird es schon brutal werden. Verrückt. So, shit. 5-3. Was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Manu Winzheimer verschießt in der 45. Plus 2 in den Elfmeter. Und die Bayern treffen in der 45. Plus 3 in den Elfer. Was ist das denn? Okay, da gucken wir gleich mal rein, wie das tabellarisch dann aktuell aussieht. Aber 5-3 im Regionalliga-Derby ist mal ein Spektakel, Freunde der Sonne. Damit kann man doch mal als neutraler Zuschauer, wenn man denn einer ist, zu so einem Spielmarkt gehen. So, Regionalliga Bayern. Oh, das ist bitter, ne? Das ist bitter. Es war das Top-Spiel. Hätten wir das gewonnen, wären wir da ganz dick mit drin. Ich meine, dann hätten die Bayern nur 51 und wir hätten 52. 51 wären also auf Platz 1. Die Bayern zwar mit dem Spiel weniger, aber so werden die jetzt eventuell ein Stück weit wegziehen. Sehr, sehr interessant. Naja, aber ich möchte noch mal ganz kurz reinschauen. So viel Zeit muss sein. Wer hat denn da gespielt bei den Bayern? Wenn da ein Wanner ist, haben die das so richtig? Wagner, Ibrahimovic, Wanner, Aspienzen, Scholze, Fukui, Kretzig, Janicek, Breitkreuz, Lorenz, Liu, Shaoqiang. Na gut, Freunde. Ich meine, wir haben natürlich auch viele reingestellt. Wir hatten Kili hier auch noch mit dabei. Mal gucken, wie der sich entwickelt. Auch natürlich ein brutales Talent an sich. Ich will mal ganz kurz gucken, wie hat unser Coach aufgestellt. Winzheimer hat er rein, Luhn hat er rein, Weckesser hat er rein, Kasten hat er rein, Möller, Dehli und Co. Erstmal nicht. Bonassar hat sogar eine Bude gemacht. Bonassar trifft gegen die Regionalliga-Mannschaft der Bayern. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, Freunde. Bonassar trifft gegen die Bayern. Unglaublich. Köln gegen die West-Vorstadt. Es kommt zu einem brutalen Duell. Schalke gegen Osnabrück, Rostock gegen Duisburg und wir spielen erst abends. Also Daumen drücken, dass das im Kölner Spiel vielleicht nur unentschieden wird. Das wäre ein Träumchen. Ich sage, das wird ein 2-2. Mein Tipp. 2-2. Wir gucken mal, was wird. Was wird. So. Erstmal sehen wir gar nichts. Fitness-Tests. Möller, Dehli 45 Minuten. Kastrop auch nochmal 45. Aber prinzipiell scheinbar jetzt alle wieder da und die West-Vorstadt gewinnt. Das ist an sich nicht schön. Aber wisst ihr, was daran das Schöne zumindest ist? Wir haben jetzt die Chance, mit einem Auswärtssieg in Düsseldorf auf den ersten Platz zu springen, Freunde. Es ist eine riesige Möglichkeit. Es ist eine absolut riesige Möglichkeit. Sollten wir das hinkriegen, ne? Ich weiß gar nicht. Sind wir dann? Lass uns das mal kurz anschauen. Oh, wo sehe ich denn das nochmal? Hier sehe ich das. Ne, hier waren wir auch schon mal Erster. Wir waren schon an zwei Spieltagen. Ja, an zwei Spieltagen waren wir Erster. Das könnte jetzt also der dritte Spieltag sein. Sind wir mal gespannt. So, wir gucken rein. Martina im Kasten ist klar. Katerbach, Jelch. Das ist auch klar. Nathaniel Brown auf der linken Seite. Das werden wir auch lassen. Auch wenn die Form bei Brown so ein bisschen runter geht. Flick auf der 6. Puerta auf der 8. Gemeinsam mit Thailand. Du Mann. Limnios, Freunde. Limnios würde ich jetzt, glaube ich, schon mal ganz gerne rausnehmen. Wir bringen einen Chohango mal von Beginn an. Chan Uzun müsste eigentlich auch mal raus. Auch der bräuchte mal eine Pause, so wie das aktuell läuft. Bringe ich einen Kanji Okunuki. Und vorne Kanja drin. Wir werden ein bisschen rotieren. Thailand, Duman, wie gesagt, eigentlich auch eine Option. Oder ich bring mal Uzun auf der 8, Freunde. Sollen wir das mal probieren? Chan Uzun auf der 8. Ich werde, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt neulich schon mal gemacht haben, die Form eines Chan Uzun auf jeden Fall kritisieren. Und die Form von Duman, beziehungsweise auch vom rausrotierten Limnios. Werden wir auch nochmal kritisieren. Also leichte Umstellungen, aber muss sein. Das war die letzten Wochen notentechnisch echt schwierig. Mal schauen, ob Can das aus der Zentrale da lösen kann. Schauen wir mal. Ansonsten, Yannis Horn könnte man nochmal mitnehmen. Machen wir auch statt Morrison. Bonasar bleibt dabei. Erik Weckesser bleibt dabei. Fragezeichen. Ne, da nehme ich erstmal Handwerker mit. Die Benedetto ist in Ordnung. Ali, Lu, nehme mal raus. Nehme nochmal Jens Kastrop mit. Der kann ja zumindest 45. Zweite Halbzeit könnte man den also bringen. Limnios, Raman, Thailan, Duman. Die Möglichkeit eines Mats Müller-Dehli. MMD. Muss ein Die Benedetto weichen? Ja, da muss ein Die Benedetto erstmal weichen. Nehme ich nochmal Mats mit. Ich glaube, so gehen wir es an. Ja, ja, ja. Freunde, so gehen wir es an. Wir bleiben weiterhin auf Kontrolliert. Ich werde da erstmal, werde ich da was ändern? Doch, ich werde was ändern. Und zwar werden wir da eins zurückgehen. Was das Tempo angeht. Und ich werde auf Ausgewogen erstmal starten. Okay, wir gehen rein. Kanji Okunuki mit einer 6,63 Durchschnittsnote. Julian Kanja, 6,63 Durchschnittsnote. In der kompletten Saison. Es wird interessant werden. Mal gucken, wie die Partie wird. Aber gut, es hilft ja alles nichts. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, auf Platz 1 zu springen. Und diese Chance, die wollen wir heute nutzen. Fortuna Düsseldorf auf Rang 12 der Formtabelle. Wir auf Rang 4. Das ist soweit die Ansprache. Und damit gehen wir rein in den 22. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg. Gibt es heute den Sprung auf Platz 1? Oder gibt es das dritte Pflichtspiel in Folge? Eventuell ohne Sieg. Das sind die Fragen. Johan Wohr erstmal mit dem Freistoß. Karsten Mayer pflückt ihn runter. 49 Sekunden gespielt. In Ordnung. Duisburg übrigens mit einem 3-1-Sieg in Rostock. Schalke mit einem 3-2 gegen Osnabrück. Das sind noch die anderen Partien. Am Samstag Nachmittag. Und wir also mit dem Topspiel. Das ist ja noch dazu. Müssen wir mal nachschauen, wie viel der Topspiel das für uns ist. So, Bordga. Arning. Aufpassen. Über die linke Seite. Da bleibt mir gleich die Stimme weg. Apelkamp. Martina. Ohne Probleme. Also beide Vereine mit der ersten Annäherung. Und Düsseldorf mit der nächsten Chance. Arning. Jeckel da. Puerta kriegt den leider nicht gut verlängert. Tanaka. Tanaka. Martina fängt ihn runter. So, wir werden zum ersten Mal was reinrufen. Wir ermutigen. Zehn Minuten durch. Schauen wir mal, wie sich der Ballbesitz verhält. Während Hangbo gelb sieht. Hangbo macht nicht wieder sowas wie gegen Kiel in Real Life. Und nachdem der Ballbesitz dann schon auch in unsere Richtung durchaus gehen könnte. Gehen wir mal auf kontrolliert. De Gota übrigens bei der Westforsstadt, der sich verletzt hat. Mal gucken, wie lange der ausfällt. Und wir fordern mehr. Es ist eine Partie, in der noch nicht allzu viel passiert. Wir haben deutlich mehr Ballbesitz mit einer sehr guten Passquote. Aber, ja, es ist wirklich eine komplett ausgeglichene Partie, was die Chancen angeht und auch die Chancenqualität. Vielleicht jetzt mal. Nathaniel Brown. Jan Usun. Auf Ganchi Okunuki. Okunuki mit einem schönen Abschluss. Macht er sehr, sehr ordentlich. Auch wenn er leider nicht aufs Tor kommt. Wir ermutigen. Wieder Okunuki über die Seite. Zimmermann kocht ihn ab. Siebert. Auf Devise. So, Bottka. Arning. Über den geht relativ viel. In dieser ersten Halbzeit. Ioha. Schinter Appelkamp. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst gerade, Freund. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Gott sei Dank nicht zurecht. Ball geht vorbei. 37 Minuten durch. Übrigens ist es jetzt aktuell die fünfte Halbzeit in Folge, in der wir kein Tor schießen. Zweimal gegen Leipzig. Zweimal gegen den KSC. Und jetzt einmal gegen Düsseldorf. Wenn es denn dabei bleibt. Appelkamp. Niemic. Kommen wir in den Zweikampf. Gegen ihn. Niemic. Quer. Jelz. Appelkamp drin. Finn Jelz versucht da noch irgendwie was zu retten. Legt aber unfreiwillig vor. Und Schinter Appelkamp mit dem 1 zu 0. Die Fortuna führt. Gucken wir uns doch mal kurz an. In der Analyse. Also da muss auf jeden Fall ein Zweikampf gewonnen werden. Und wenn nicht ein Foul gezogen werden. Und Jelz. Ja. Weiß ich nicht, Freund. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. 1 zu 0 Düsseldorf. Das ist bitter. Fortuna schiebt sich wieder ein bisschen ran. Und wir haben wirklich ein Problem. Wir haben wirklich in der Offensive ein Problem. Ich schaue mal, ob ich kreativer spielen kann. Und wir versuchen auch mal ein bisschen mehr zu dribbeln. Hangbo 6-3. Okunuki 6-6. Kanja 6-4. Usun 6-6. Die beste Note eine 6-7. Und die hat Martina. Das sagt relativ viel aus. Okay. Gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Vielleicht diese mehr Kreativität in der Offensive gepaart mit mehr Dribbling. Also allgemein ein bisschen, ich sag mal, wilder zu spielen und mutiger zu spielen. Eventuell bringt uns das ein wenig mehr zurück in diese Partie. Also nicht, dass wir nicht in der Partie waren, um Gottes Willen. Aber es war wirklich sehr, sehr harmlos nach vorne. Das ist schwierig. Jeltsch. Katerbach ganz oben. Schöner Ball. Nathaniel Brown. Geh, 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 geh. Weiter, weiter, weiter. Schieß. Mach ihn. Oh, geblockt. Gute Aktion. Jekyll. Nächster Ball. Aber der kommt leider nicht an. Aufpassen. Kontermöglichkeit für Düsseldorf. Geklärt. Geklärt, geklärt, geklärt. Njemic. Siebert. De Wies. Auf Arning. Abschluss geht dann drüber. Ich glaube, Martina war noch dran. So ist es. Es gibt die Ecke. Appelkamp. Voll kommt rein. Vorerst mal geklärt. Siebert nochmal abgelegt. Njemic. Oh, ist das gefährlich. Gott sei Dank stehen da ungefähr 36 Leute im 16. Oh, der geht nicht durch. Ich maßregel mal. Ich hau mal richtig rein als Coach jetzt hier. Die ersten Minuten im Durchgang 2, die sahen ja eigentlich soweit ganz vernünftig aus. Aber irgendwie die Minuten danach wiederum absolut nicht. Wir gehen jetzt mal rein. Es ist Minute 60. Wir müssen was tun. Jo Hangbo raus, Limnios rein. Okunuki raus. Usun auf die Seite. Möller Deli kommt in die Partie. Und ich würde sogar sagen, wir nehmen auch nochmal einen Teil an Duman rein. Nochmal deutlich mehr Kreativität im Mittelfeld. Den Rest lassen wir erstmal so. Den Rest lassen wir. Wir gehen mal ein bisschen höher mit der Defensivreihe und dann Abfahrt. Halbe Stunde zu gehen. Verlieren ist verboten, Freunde. Aber wir sind wirklich so dermaßen ungefährlich in der Offensive. Das kannst du niemandem erzählen. Ja, es fehlt der Top-Torschütze mit Pepi. Aber dass trotzdem gar nichts geht. In einem eventuell dritten Spiel in Folge kein einziges Tor zu machen. Das tut weh. Usun. Möller Deli. Vielleicht bringt der was wieder mit, was uns fehlt. Thailand, Duman. Möller Deli. Kastmeier hat ihn. Ein Möller Deli mit Spielpraxis macht den wahrscheinlich. Oh, so ein schöner Angriff. 71. Brown. Flanke kommt rein. Jekyll. So, Bordga. Möller Deli kriegt den nächsten. Oh, macht er stark. Also Möller Deli bringt jetzt nochmal ein bisschen Schwung rein. Flo Flick. Jekyll. Kann er den irgendwie durchspielen? Jelch. Usun. Auch der Mann hat Ideen. Das wissen wir. Wieder Jelch. Klappt nicht. Okay, wir müssen wechseln. Usun mittlerweile komplett platt. Muss raus. Benito. Rahman darf nochmal über die Seite rein. Ja, kann ja. Lasse ich trotzdem weiterhin drin, ne? Und dann ist die Frage Flick mit am kaputtesten. Dann bringe ich hier nochmal einen Jens Kastrop. Noch dazu gehen wir auf Offensiv. Ich erwarte eine gute Leistung. Rein in die Schlussviertelstunde. Ich würde sagen, so Minute 82, 83 stellen wir nochmal komplett um. Also nicht komplett um, aber werfen wir nochmal alles nach vorne, wenn bis dahin nichts passieren sollte. Thailand, du Mann. Mats Möller, Deli. Finn Jelch. Wieder Möller, Deli. Schöner Ball. Benito Rahman, der ist frisch. Hat er irgendwie eine Idee. Benito Rahman. Ball abgelegt. Kastrop wird gefoult. Und es wird sich nicht mal angeschaut. Freunde, der fliegt auch da nicht zum Spaß rum. Aufpassen. Ja, Stremski. Keiner geht hin. Und der Ball geht drüber. Wird das nochmal geprüft? Ne, ne? Kastrop in der Schusslinie. Gibt den Eckball. Ein 2-0 jetzt. Und das Ding wäre natürlich durch. Apel, Kamp. Mechsel in der Zentrale haben sich schon mal rentiert. Thailand, du Mann mit einer 7-0. Möller, Deli mit einer 6-7. Also die sorgen nochmal für ein bisschen Alarm im Darm. Ne, das ist was anderes. So, 82. Jetzt geht's rein. Wir stellen um auf ein klassisches 4-2-3-1. Thailand, du Mann, Bäm. Ähm, nicht mal anders machen wir das. Das machen wir doch. Das ist in Ordnung. Ihm machen wir Balle. Oberner Mittelfeldspieler unterstützen. Thailand, du Mann, Box to Box. Möller, Deli. Vorgeschobener Spielmacher angreifen. Limnius nochmal zum inversen Außenstürmer. Und Kaderbach natürlich auch nochmal auf angreifen. Genauso in Martenia. Das heißt, der geht in den letzten Minuten bei Ecken vor. Wechseln können wir gar nicht mehr großartig. Tempo höher. Scheiß auf einen ruhigen Spielaufbau. Pass in die Tiefe. Ähm, bei Flangen gehe ich trotzdem mal auf Variabel. Das bleibt. Spiel schnell fortsetzen. Schauen wir eher mal, dass wir auf dem Innenverteidiger abspielen. Und wir schieben natürlich alles nach vorne. Es hilft ja nix, Freunde. Es hilft ja nix. Auf geht's. Bleiben wir sechs Halbzeiten in Folge. Sprich drei Spiele. Man kann es auch einfacher formulieren. Ohne eigenen Treffer. Jekel. Thailand, du Mann. Jens Kastrop. Möller, Deli. Schön gespielt. Nochmal Kastrop. Guter Ball auf Thailand, du Mann. Er verliert ihn, aber Jekyll ist da. Jetzt müssen wir so eine schöne Drangphase hier aufbauen. Katabach. Kastrop. Jeltsch. Du Mann. Möller, Deli. Schön rübergelegt auf Benito. Raman kann er den in die Mitte bringen. Raman beim Abseits. Raman beim Abseits. Aber was Hoffnung macht, die Rückkehr eines Thailand, du Mann. Und Mats Möller, Deli. Und ein Unentschieden. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt geisteskrank schlecht wäre. Ein Unentschieden wäre schon verdient gegen diese Fortuna. Aber es soll irgendwie nicht sein. Sechs Minuten Nachspielzeit. Düsseldorf kriegt nochmal den Ball. Devise. Boah. Der fliegt ganz knapp am Tor vorbei. So. Wir machen nochmal in Minute 93 eine allerletzte Umstellung. Und zwar mache ich die beiden nochmal als komplette auf Angreifen. Zentraler Mittelfeldspieler angreifen. Zentraler Mittelfeldspieler unterstützen. Mehr können wir nicht mehr machen. Und es sieht leider nicht gut aus, Freunde. Sind wir in einer kleinen Krise. Wie gesagt, Leipzig würde ich da rausrechnen. Erst recht mit der Art und Weise, wie es passiert ist mit der roten Karte für Thailand, du Mann. Und das ist okay. Aber sowohl gegen den KSC, zu Hause gegen den 16. Als jetzt auch Außerz beim 9. Einen Punkt geholt. Kein einziges eigenes Tor erzielt. Das tut weh. Zumindest passiert nach oben hin relativ wenig. Dadurch, dass die Westforsstadt gewonnen hat. Jetzt zwei Punkte vor uns ist. Und Köln weiterhin zwei Punkte vor uns ist. Also das hätte schlimmer laufen können, was das angeht. Aber, ihr seht es natürlich, sollte Pauli gewinnen, dann stehen wir nur auf Rang 4. Dann wären wir raus aus den Top 3. Darmstadt, Paderborn, Schalke. Die können alle aber mal sowas von richtig großartig da oben angreifen. Und das sind Dinge, die man eigentlich nicht so gerne haben will. Das wisst ihr auch, Freunde. Heimspiel gegen Elversberg, das ist die nächste Partie, die muss zwingend gewonnen werden. Da gibt es auch wirklich keinerlei Ausreden, beziehungsweise keinerlei andere Optionen. Danach Hertha, Dresden, Schalke. So, Pauli verliert gegen den KSC. Der KSC, richtig im Vormarsch. Hertha gewinnt mit 3 zu 2 gegen Darmstadt. Und Paderborn gewinnt mit 1 zu 0 in Dresden. Das heißt, wir bleiben zumindest mal auf Rang 3. Aber die Situation da oben, sie spitzt sich wahnsinnig zu. Also das könnte ein so was von geisteskranker Aufstiegskampf werden. Das ist Wahnsinn. Schaut euch mal das an. Das sind jetzt hier zwischen dem 1. und dem 9. 9 Punkte. Und zwischen dem 10. und dem 16. sind es auch 9 Punkte. Also es ist noch lange nichts entschieden. Die einzige Mannschaft, die wirklich richtig krass Probleme hat, ist der Vorfeld Osnabrück. Mit 10 Punkten Rückstand auf das Retten der Ufer, beziehungsweise auf dem Relegationsplatz. Ganze 12 aufs Retten der Ufer dann. Da wird Osnabrück eigentlich so gut wie sicher durch sein. Da wird nichts mehr groß passieren. Wahnsinn. Haben die irgendwelche interessanten Spieler? Wo man mal gucken kann, Freunde? Wir können auf jeden Fall mal gerne den, 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 den. Torwart brauchen wir eigentlich nicht. Machen wir mal bis 22. Können wir zumindest mal alle für eine Woche scouten und schauen, was bei rumkommt. Aber gut, lieber Chat, liebe YouTube-Freunde, liebe Gemeinde. Das klingt, als wären wir so eine Sekte. Das war es erstmal von mir für heute. Die Stimme versagt schon in der Früh. Das kann ja heiter werden. Wenn es euch gefallen hat, trotz der Niederlage gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wer da mehr essen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen. Wie immer gerne die Links in der Videobeschreibung abchecken. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part zu Hause gegen Elversberg. Wir brauchen wieder mehr Offensiv-Power. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht durch jemanden wie Mats Möller-Dehli, der zurückkommt. Ich bin guter Dinge. Macht's gut. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Servus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.